Nicht verkehrt, ja. Den wollte ich ja eigentlich gerne haben noch. Aber der will ja nie. Der will ja nie. Der ist zwar mittlerweile schon ein bisschen weich geworden in seiner Meinung. Aber so ganz überzeugt ist er noch nicht. So, warte mal. Roggenbach da mal hinstellen. Einfach weil, ja. Luge darf jetzt mal draußen bleiben. Also die Form ist jetzt nicht so toll mit einer neuen. Timo Werner. Der muss unbedingt jetzt mal rein. Also ob das jetzt hier ist, links außen. Oder ob ich den vorne drin stehen habe. Ja, ist jetzt die Frage. Ist jetzt die Frage, was macht da meistens Sinn gegen eine Mannschaft wie Augsburg? Ja, vielleicht da einfach mal, ja, den Mann ins kalte Wasser zu schmeißen. Einfach mal was zu probieren. Man könnte es mal testen. Steffen Lang für Müller ist auch ein Wechsel, den ich gerne vollziehen würde. Ansonsten in der Abwehr hat es jetzt nicht so geschadet. Also von der Form sind sie immer noch gut dabei. Kimmich mit einer Form von Elf auch noch. Aber da stelle ich jetzt dann wirklich mal den Dominik Kaiser rein. Ist, ähm, fünf Punkte stärker, hat die gleiche Form. Das passt auf jeden Fall. Ähm, Papa, linke Seite. Und Fran darf dann heute mal auf der Bank sitzen. Da Silva oder Fandrich. Den kann ich denn da noch mitnehmen. Also eigentlich haben wir alles besetzt. Momentan. Aber zwei OM brauchen wir auch nicht haben. Also dann lieber, glaube ich, den Röttger noch mitnehmen. Für Da Silva. Dann haben wir einen ZM. Dann haben wir noch einen für Außen. Einen DM. Rechtsverteidiger, Innenverteidiger. Das müsste, glaube ich, passen. So, an den beiden Jungs kommt im Moment auch keiner vorbei, weil die Form so gut ist. Wir müssen einfach mehr Tore schießen. Dann kannst du auch mal hinten einen kassieren. Es muss einfach vorne laufen. Wie wir das gegen Bielefeld gemacht haben. Von Beginn an einfach gezeigt, wir sind hier die Kings on the pitch. Und haben denen das gezeigt. So, jetzt können wir Summe erhöhen. Will ich das noch? Ja, ein bisschen was, ne? Ein bisschen was haben wir noch rausgeschunden. Und damit dürften wir dann eigentlich auch alle Banden verkauft haben. Ja, sehr schön. Das ist dann auch wichtig für das Ansehen bei den Fans. Das sind ja alle. Aber wir haben schon, haben schon. Das waren ja die VIP-Karten, die wir da rausgegeben hatten. So, da machen wir nochmal den Assistenten drüber, dass da alles richtig steht. Und bei Penderak, da müssen wir den Mentor ändern. Wen hat er denn jetzt gerade? Der macht Dribbling. Da kann er etwas, der Fran dribbeln kann. So, Matuschka, wer ist denn hier noch? Luge. Ja, Luge kann dribbeln anscheinend. So, Leute. Wir gucken mal gerade rein. Zentrale. Da sehen wir auf jeden Fall, Verein, wie das momentan bei uns aussieht. Manager ist Katastrophe. Das bin ich. Vorstandesklasse. Stadion ist Klasse. Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer. Wir haben momentan drei Sterne. Taktik ist super. Transfers sind Weltklasse. Mitarbeiter sind auch gut. Stadion, Umfeld noch nicht. Aber da sind wir ja dran. Da sind wir ja dran, dass wir das ändern. Und da können wir auch gleich mal weitermachen. Drei Millionen haben wir noch. Ich muss mal gerade überlegen, was ist mit dem Ding hier? 500.000, 67 Tage wird es dauern. Das passt. Trainingszentrum auf Level 10 bringen können wir nicht, weil wir den Fitnessparcours brauchen. Dann machen wir das doch mal, dass die fit werden. Kann natürlich auch ein Grund sein, warum das momentan noch nicht so geklappt hat oder so lange gedauert hat mit der Fitness. Dass der Parcours einfach noch nicht gut genug ausgebaut gewesen ist. So, ich will mal gerade nochmal reinschauen, wie das momentan mit dem Kohle aussieht. Also, das Freundschaftsspiel, das ist klar, dass wir da Verlust gemacht haben. Das war ja nur mit 8.500 Zuschauern knapp gefüllt gewesen. Gegen Ingolstadt haben wir auch schon Verluste gemacht. Wenn das Ding ausverkauft ist, dann haben wir anscheinend noch zu viele Kosten. Zu viele Kosten anscheinend. Ich glaube, hier muss ich hin, ne? Genau, also wir gehen mal von ausverkauft aus. Einnahmen letztes Spiel, da hat es nicht dran gehapert. Bei den Kosten hier ist es sehr hoch. Hier haben wir 53.000 Gewinn gemacht. Vielleicht doch ein bisschen runterschrauben. Dass es vielleicht bei 18 besser ist. Dass wir hier dann 16 macht und so weiter. 14, genau. Ich habe fast das Gefühl, dass da Buden nicht so gut besucht waren. Wir einfach dann die Kosten hatten. So, da muss ich nichts ändern. Also da finde ich es okay mit den 7.000. Ja, was natürlich hier unten sein kann. Dass der Nahverkehr vielleicht ein bisschen viel ist noch. Aber wenn das Stadion voll ist, du kannst ja nicht weniger als 10.000 machen. Also ich meine, das kannst du machen, wenn du ein Stadion hast von 15.000 Zuschauern. Aber wir haben ja die Kiste mit 44.000 dann besetzt. Was ein sehr ordentliches Stadion ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, dass hier dieser Wert so niedrig ist. Weil wir hatten ja teilweise auch hier schon Union mit 62.000 oder auch hier das St. Pauli-Spiel, wenn es nicht ganz ausverkauft ist. Also wenn es voll ist, haben wir Probleme. Da ist irgendwas noch nicht ganz ausgereift. Also wenn da irgendeiner von euch sich besser auskennt, der kann mir das vielleicht mal sagen, woran es da hängt. So, Röttgaard gut trainiert. Ich schleim jetzt mal ein bisschen rum hier, mit denen ich noch nicht zweimal gesprochen habe. Was ist mit ihm? Was will dem Tomala? Fair bezahlt werden. Ziele runterschrauben. Ja, ich bin noch nicht so lange hier. Ja gut, es kann wieder sein, weil wir natürlich den 1.7.2013 da noch als Startatum haben. Ja, das war doof von mir. Ja, er hier gut trainiert. Der Deon bedankt sich. Ja, in Ordnung. In Ordnung. Ich muss noch gerade gucken. Zweite Mannschaft. Wir haben jetzt ein Bild für Luca Waldschmidt. Wieder vielen Dank an Grauersau, der das erstellt hat. Klasse Arbeit. Der 17-Jährige in der zweiten Mannschaft. Zwei Einsätze. War das für uns? Regionalliga Nord. Ja, das war, glaube ich, schon für uns. Ja, in der Startelf muss eigentlich fast. Ja, ich gehe nochmal gerade durch. Aufständesassistent. Krosdanic ist immer noch nicht so ganz glücklich. Ich weiß nicht, ob das am nicht vorhandenen... Sprachverständnis liegt. Weil Deutsch kann er noch nicht. Aber ich denke mal, das wird sich auch noch ändern. Der muss einfach mal spielen. Wenn er Spieltore macht, dann läuft natürlich auch die ganze Schose viel leichter. Viel viel einfacher. So, er beleibt sich nur einen Ausbildungsverein. Ganz klar, nein. Das ist ja der Plan, der dahinter steht von Red Bull. Dass der Verein eben nicht so enden soll. Dass man dann nur für die Großen, für Bayern, Dortmund und Konsorten die Spieler ausbildet. Ähm, naja, mir macht es Spaß mit jungen Leuten zu arbeiten. So, das wollen wir. Genau das hier. Das mag noch so aussehen. Jugendspieler minus eins, Fällenbeliebtheit gesteigert. Es muss immer ein guter Mix sein. Es muss immer ein guter Mix sein zwischen beidem. Natürlich kann es irgendwann auch so sein, dass wenn RB Leipzig in der ersten Liga spielen sollte, dass die auch versuchen werden, damit zu konkurrieren einfach. Mit Bayern, mit Dortmund. Und das kannst du eben nicht nur über Jugendspieler schaffen. Das geht nicht. Also wer sich das irgendwie denkt oder so, das ist zwar wirklich ein schöner Gedanke. Barcelona kann das vielleicht. Aber ich denke mal, das ist in Deutschland noch nicht zu realisieren. Ich bezweifle auch, dass es irgendwann mal so sein wird. Dass du das kannst. Weil Bayern ist schon wirklich mittlerweile sackstark. Und das ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa das Maß aller Dinge. So, der kann alle Trainingsziele mal um fünf Punkte erhöhen. Ja, wir stehen kurz davor, das Spiel zu machen gegen Augsburg. Das mache ich dann mal wieder im 3D. Das ist jetzt sehr lange her, dass wir das letzte Mal hatten. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe den Ronaldo-Patch wieder drin. Also alles wie gehabt. Da wissen wir, was wir bekommen. Und jetzt geht es nochmal ein bisschen um Ausmisten hier. Patrick Schor, der ist noch nicht gescoutet worden. Ostschollek von Augsburg. 1,2 Millionen können wir mal rausnehmen. Linker Verteidiger. Wir haben ja mit Sumusalo einen verpflichtet. Kobelis lasse ich wie gesagt drin, weil ich da gucken will, was macht der in Pireus. Ob der da spielt. Dann könnte das ein Mann werden. Wobei natürlich man nicht vergessen darf. Wir haben Engelke. Also im Prinzip nicht unbedingt jetzt so akut, diese ganze Geschichte. Genauso wie bei Zama von Liverpool. Mal kurz durchgucken. Patrick Funk wollte ich auch abwarten. Der hat ja einen auslaufenden Vertrag. Da ist Lazaro. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich auch dahin gehen. Ich kann es nochmal probieren. Ob der... Ne. Ich verstehe jetzt zwar nicht, warum KPFC interessanter ist als wir. Weil die haben nationales Prestige von vier, international von zwei. Warum die auf einmal mit dem verhandeln können und wir nicht. Das ist der Fußballmanager. Das ist die Logik, die dahinter steht. So. Nichts mehr über eine Million bis auf den Funk eben. Auslaufenden Vertrag. Und Kobelis. Wo ich gucken möchte. Aber so. Bei Zama läuft das Ding auch aus. 2014. Sonst noch irgendwer. Da unten haben wir noch Appiah. Ne, Appiah nicht. Funk und Itta. Aber Itta wird ja eh wechseln. Und unten Robin Jalzin. Noch von Stuttgarts zweiter Mannschaft. Da war ich ja auch schon mal dran gewesen. Da war ich ja schon mal dran gewesen. Diego Demme haben wir hier. Wo ich mal abwarten möchte, bis der gescoutet ist. Und irgendwo war doch hier noch der links außen. Aber ich weiß nicht mehr, wie der... Wie hieß der? Wieso habe ich den nicht mehr hier drin? Habe ich den rausgeschmissen? Nein, der ist ja doch noch hier. Federico Palacios. Der wurde jetzt verpflichtet von RB Leipzig. Das stand jetzt auch in den Medien. Da wurden mir auch Links geschickt. So, da will ich das auch mal probieren. Bei dem. Hat auch ein Bild. Das hat auch Grauersau. Der stellt schon mal im Vorach aus. Wahrscheinlich, weil er Bescheid gewusst hat, was ich hier vorhabe. Hat von dem Verein die Nase voll. Also ist er in Italien nicht mehr glücklich. Rechts Außen Spieler. Das könnte quasi dann die Ergänzung, beziehungsweise der Ersatz sein für Röttger. Auf der Seite. Extrem hohe Schmerzgrenze interessiert mich jetzt eigentlich relativ wenig. Also wir gehen mal auf 450. Zweites Fenster. Und hier warte ich mal ab, was gesagt wird von denen. Kann ja auch sein, dass die das schon annehmen. Ich habe ja keine Ahnung, wie viel der Wert ist. Das ist halt wieder das Problem an der Sache. Gehen wir mal ein bisschen vor. Und dann gucke ich die zwei Spieler noch an, die ich hatte. So, zurückgewiesen. Das ging aber schnell. Das ging aber schnell. Wir machen 550. Und Ligaspielbonus von 150. Das heißt, wir wären dann bei 700 nach 10 spielen. Weil vielleicht ködet es die eher noch. Weiterverleihen habe ich jetzt keine Ahnung. Würde ich eigentlich nicht so gerne machen. Weil ich habe keine Ahnung. Der spielt wahrscheinlich da nicht. Weil das ist schon relativ wenig, was er hier hat. Ist nicht gescoutet. Aber 50 kann ich nicht vorstellen. Ich meine, Brescia, Calcio, das ist ja auch ein Verein in der zweiten italienischen Liga. Wir gucken mal, was jetzt gesagt wird hier. So, könnte klappen. Könnte klappen. Wir hatten leider keinen Kontakt. Das habe ich jetzt verpennt. Mich mit mich dazu bemühen, dass wir uns mit dem befassen. Aber ich glaube, hier ist ja egal. Da ist ja noch kein anderer Verein dran. So. Also wie ihr seht, vom Gehalt her sehr moderat der Kerl. Aber er muss ja natürlich erstmal was leisten. Wie Romario sagen würde, der hat noch sein Gehalt natürlich noch nicht bewiesen, dass er das bekommen soll. Wie das jetzt letztens auch war bei den Spielern, die ich geholt habe. Der muss erstmal zeigen natürlich. Und das kann er am besten bei uns in der zweiten Mannschaft. Zu Beginn. Mit 18 Jahren passt das auch auf jeden Fall. Ja, was mache ich? Gehe ich ein bisschen hoch? Also für die zweite Mannschaft würde das passen mit dem Gehalt. Ich kann ja mit Steigerung arbeiten. Ich denke mal 80, dann sind wir fast auf der Doppelte. 50.000 natürlich nicht. Das ist mir viel zu viel für so einen Spieler. 10 lasse ich mir noch gefallen. 2 Jahre. Was will der? Nö. Da machen wir 3. Ergänzungsspieler. Möchte, dass du auch mal eine Reserve spielst. Ist in Ordnung. Zukunft, Geduld. Kennen wir ja alles, das Spielchen. So, der bekommt auf jeden Fall auch wieder 5%. Gehaltskürzung komplett weg. Und ist ja ein Offensivspieler. Von daher nehme ich hier auch die Torprämie. Reine 150 ist die Auflaufprämie. Ligaspielbonus 2,5. Nicht Abstieg. Kann man ein bisschen höher nehmen. 700 glaube ich. Ja, 700 ist ganz okay. Ja, geben wir dem das mal mit. Wollen wir mal gucken. Ich denke mal, das ist ein ordentlicher Wert. Das ist ein Kompromiss zwischen Gehälter, zweite Mannschaft, Gehälter, erste Mannschaft. Nicht abartig viel für die zweite, aber auch nicht abartig wenig jetzt für die erste. Also für sein Alter. So, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wäre ganz schön. Also dann müssten wir eigentlich nur noch Dämme holen. Dann haben wir sie alle beisammen. Hätten wir. So, da haben wir das Interesse bestätigt. Wieso KPFC ist er jetzt da hingewechselt? Und das macht eigentlich nur Sinn. Ansonsten war er vereinslos. Grün-Weiß sind die Farben unseres. Traum der Helmsee. Augsburg-Reich. Wie hat der Berge immer gesagt, das Raumschiff. Das Raumschiff Augsburg. Wir haben Aue gegen Pauli. Das heißt, Erster zu Hause gegen den Sechsten. Union Berlin zu Hause gegen den Siebten. Gegen Paderborn. Und das dritte Spiel bestreiten die Vierter gegen Düsseldorf. Also 13 gegen 3. Die haben eine Eins mehr. Ja, und wir zu Hause gegen Augsburg. Warum das natürlich kein Topspiel ist, wird sich wahrscheinlich daraus erklären, dass wir eben nicht oben stehen. Und Augsburg auch nicht. Obwohl man die halt oben erwarten würde. Aber ist halt nicht so. So, 723. Sehr gute Form nach wie vor in der Verteidigung. Die sind alle sehr frisch. Fitness, wie gesagt, nach wie vor bei den Spielern hier. Muss aufgebaut werden. Bei den Jus können wir noch gucken. Das ist relativ viel. So, Röttger Trainingsziel. Ja, Röttger. Wenn das klappt mit Palacios, dann geht es bei dem langsam, glaube ich, zur Neige. Der ist ja auch schon 28. Und momentan absolut nur zweite, dritte Wahl auf der Position da außen. Aber das ist halt der Lauf der Zeit. Irgendwann, wenn die Ansprüche steigen, dann müssen sich halt dann die Spieler noch mehr reinknien. So, Dominic Jordan hat verlängert bei WN Wiesbaden. Ja, klar, momentan läuft es bei denen. Wahrscheinlich designierter Zweitligist. Federico Palacios abgegeben, akzeptiert. Scouting abgeschlossen von Ahlen. Jugendmannschaft vor Top-Spiel A-Jugend. Ja, Penderak, der erreicht hier permanent Trainingsziele. Dribbling. Was kann der denn noch? Flanken kann er verbessern. So, Dribbling kommt jetzt mal auf die Position. Da kann er bei Ausdauer weitermachen. So, Schlichtfeld aus. Brinkfeld aus. Schösslerfeld aus. Was ist denn da passiert? In der zweiten Mannschaft. Ist Lotte da mit Äxten rumgelaufen? Bester Mann war Jonas Klein. Konnte aber die Niederlage nicht verhindern. Also, 2-0 verloren. Genau wie wir, wie die erste Mannschaft. Die zu Hause gegen Lotte. Aber Lotte ist eine starke Truppe. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ja, schlechtes Spiel. Katastrophal schlechtes Spiel. 1000 Zuschauer immerhin da gewesen. 39% Ball. Bis jetzt keine einzige Möglichkeit. Keine. Keine. Null. 2 Verletzte hier. Schlicht und Brink. Und dann auch Schössler. Also, ich glaube, ein schlechteres, katastrophaleres Spiel habe ich noch nie gesehen. Keine Möglichkeit gehabt. Verloren. Und dann noch 3 Verletzte Spiele auf einmal. Mann, 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 Mann. Aber naja. Da müssen wir einfach gucken, dass die nicht absteigen. So, Palacios kommt. Da bin ich gespannt, was der für eine Stärke hat, wenn er dann wirklich da ist. Das kann man hier wirklich nur erahnen. Auf Stufe 6 gescoutet. Aber hier, die Werte sind toll, die wir hier schon sehen können. Und beim kurzen Pass, das passt auf jeden Fall auch. Tja, offensives Stellungsspiel ist auch in Ordnung. Also, die Zutaten sind auf jeden Fall da. Momentan hat er einfach eine schlechte Stärke, weil er die Erfahrung nicht hat und auch die Selbstvertrauen momentan schlecht ist. Das können wir aufbauen. Das können wir aufbauen. Der hat gerade verlängert und jetzt ist er auf der Transferliste. Was machen die denn bitte da? Verlängert, um nochmal abzukassieren oder wie? Ich gucke mal gerade hier. Blickfeld, da kann ich das doch sehen. Wenn er drin ist. Bochum. Bochum ist dran. 450 haben sich geeinigt. Also, ich denke mal, Wien Wiesbaden bekommt ordentlich Geld. Was ist der Wert? 450. Ja, die haben da wirklich den Marktwert gewoten. Je nachdem, was der für eine Note hatte. 2,29. Also, die verlieren da richtig eine Stütze. Hinten in der Verteidigung. Sollten sie kompensieren können. Sollten sie kompensieren können. Ansonsten, ja. Alschwede haben sie hier mit einer 60. Ja, es geht. Es geht auf jeden Fall. Das ist ein junger Mann, der kann sich auch noch entwickeln, wenn er regelmäßig spielt. Also, das geht schon. So, den Spieler sollte ich gucken. Mastur. Mastur. Achim Mastur. AC Meiland Reserve. 15 Jahre alt. Ja, so sieht er auch aus. Junge, Junge. Also, wo haben die den her? Kann ich nicht sehen. 850.000 haben die bezahlt. Der verschimmelt momentan auch bei denen. Hängende Spitze. Ich kann den ja mal scouten lassen. Nehmen wir mal ins Blickfeld. Und scouten den mal. Ja, wenn er bei Mailand nicht spielt. Nehmen wir auch hier rein, wo gerade Wasim Bui gescoutet wird. So, und dann war noch Jordanov. So, wenn ich jetzt normalerweise... Ich hätte auch gucken können jetzt einfach bei Dortmund. Es gibt doch mehr Spiele, als ich gedacht hätte, die darauf... Da haben wir doch. Edison, Jordanov, ehemals Hansa Rostock. Ja, rechts außen, links außen könntet ihr auch spielen. Finde ich natürlich jetzt, sagen wir mal, ja, nicht unbedingt sinnvoll, ihn da einzusetzen, weil linke Außenbahn können wir Timo Werner hinstellen, haben wir eben gesehen. Danke für den Tipp auf jeden Fall nochmal. Und rechts außen haben wir jetzt Palacios geholt. Deswegen, die einzige Position, wo Jordanov sinnvoll wäre, wäre eben hinten. Zentrales und defensives Mittelfeld. Da müsste ich aber gucken können, was der da spielen kann. Und dann haben wir natürlich die Wahl. Was machen wir? Holen wir Dämme? Machen damit quasi die Transfers von RB Leipzig komplett? Die jetzt im Winter passiert sind. Oder so jemanden wie ihn. Da müssen wir einfach mal gucken. Ich scoute den auch mal. Das Schöne ist momentan, dass bis zum Winter jetzt halt hin ist. Das heißt, wir haben keine Hektik mit der Scouterei. Und wir haben trotzdem noch viele Scouts bei den Jugendgeschichten. Das wird einfach mal bessere Jugendspieler ranbekommen. So, das hätten wir. Dann können wir uns jetzt um die Mannschaft, um die Taktikgeschichte kümmern. Gegen den FC Augsburg für das 3D-Spiel. Da sollte ich auf jeden Fall schauen, dass die Laufwege passen. Also denke mal, dass das hier in Ordnung ist. Also bis zur Mittellinie wurde mir gesagt von den Außenspielern, ich kann das noch ein bisschen weiter machen. Einfach zur Sicherheit. So, Matuschka ein bisschen weiter vor, dass man die Gefährlichkeit hat. Er hat ja auch normalerweise einen guten Abschluss. Normalerweise einen guten Abschluss, dass eventuell da mal eine Möglichkeit ist für ihn. Ja, hier sehen wir das ja. Paulsen, der zieht ja rein. Also ist wirklich jetzt nicht für Flanken vorgesehen oder für sonst irgendeinen Krempel. Also er ist ja teilweise vorne zur Unterstützung. Auch sehr oft. Im Prinzip. So, weil ich wollte hier gucken. Anweisungen. Ohne Gegenspieler vorne der Werner. Also noch nicht mal die Geschichte hilft dem Fran vorne. Dass er einfach sich da nicht kümmern muss um den Gegenspieler oder sonst wie. Dass er einfach nur vorne stehen muss und am besten die Bälle reinschießt. Es sah sehr gut aus. Aber die letzten paar Spiele wieder so ein bisschen der Nüsterung eingekehrt. So, Vorstöße. Jopek eher nicht. Ball halten. Ich kann mal bei ihm noch sagen, dass er weniger Vorstöße machen soll. 50 Prozent. Ja, nee. Muss ich auch nicht stehen lassen. Ich habe ja gerade eben den Fall geändert. Nee, nee. Dann ist es doof. Also nur der nicht Vorstöße machen darf. Und der lang geht steil. Der lang geht steil. Ende der Jungen. Da kann ich auch mal die Vorstöße ein bisschen bremsen. Den möchte ich da nicht so gerne da vorne sehen. Nee. Wir müssen gar nicht so viel rumdockern. Will ich auch gar nicht. Weil das hat sich ja eigentlich bewährt. Gut. Wenn du jetzt mal gegen Fürth verlierst, dann verlierst du gegen die. Ich habe es vorher erwähnt. Ein 2 zu 0 ist überhaupt kein Beinbruch. Überhaupt nicht. Zumal dann nicht, wenn du siehst, was für Chancen da waren in der Anzahl. Quantität war gut. Qualität muss verbessert werden. Ich wiederhole mich. Ich merke das. Ja. Das schaut gut aus. Wir wollen heute ein bisschen Dampf machen auf die. So. Irgendjemand konnte nicht spielen. Dafür jetzt Carlsen Bracker neben Daniel Bayer, der Offensiv. Können die was? Der hat Zweikampf. 61. Also ist kein Zweikämpfer er hier. Und der hat sehr gut Zweikampf. 75. Ich würde mal sagen, die haben einen guten Sechser. Und einen, der dahinten natürlich aus der Not spielt. Der eher nach vorne geht. Das sieht man auch daran, dass er sehr viel vorbereitet. Die meisten hier für den FC Augsburg. André Hahn. Offensives Mittelfeld vorne. Sascha Mölders. Hat nicht die höchste Schusskraft. Das heißt, ist nicht so schlimm, wenn der ein bisschen weiter abzieht. Von weiter weg. Nur halt nicht vorne im Strafraum. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir den da gebremst bekommen. Mora weg. Meisten Tore geschossen. Also er ist eigentlich der gefährlichste momentan. Aber jung ist keiner, der Manndeckung beherrscht. Und Papa erst recht nicht. Ich muss darauf vertrauen, dass die Mannschaft das hinbekommt. Und hinten Hong ist der Yong Ho Hong. Das ist der momentan beste Feldspieler mit der besten Note. Manninger im Tor. Klar, Wahn und Verhaag. Also Top-Außenspieler. Also ob er da vorbeikommt. Ich weiß nicht, ob wir mal eher über die Mitte gehen sollen. Mitte rechts. Hier Daniel Bayer. Aber da will ich jetzt gar nicht rumhampeln. Also wir lassen die mal ohne Vorgabe. Wir können das Ding ja anpassen. Jopek, ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht mit seiner Spielführung im 3D-Spiel. Okay, wie gesagt, ich will das nicht immer machen mit der Ansporn-Geschichte. Mit dem Siegprämien-Geld. Muss nicht sein. Also die dürfen das schon selber machen. Also gegen so ein Spiel jetzt, da ist nichts gegen einzuwenden. Also Augsburg muss Motivation genug sein. Und vor allen Dingen das zu Hause zu spielen. Also da bin ich mir ganz sicher. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Seit langer Zeit nochmal ein 3D-Spiel. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Bis gleich.